Musik Hier ist wieder euer Stürmling heute mit dem Orakel des dritten Spieltags und heute haben wir die, äh, an diesem Spieltag haben wir die Partien, äh, Dortmund gegen Heidenheim, Leipzig gegen Union, äh, Hoffenheim gegen Leverkusen, wir haben Freiburg gegen Bochum, wir haben Wolfsburg gegen Frankfurt, Gladbach gegen Stuttgart, äh, Kiel gegen Bayern, Augsburg gegen St. Pauli und Mainz gegen Werder Bremen. Also im ersten Spiel heute Abend, äh, würde ich Dortmund natürlich tippen und Leipzig gegen Union natürlich für Leipzig, Hoffenheim gegen Leverkusen, denke ich mal Leverkusen, Freiburg gegen Bochum, da denke ich, dass, äh, Freiburg gewinnt, äh, Wolfsburg gegen Frankfurt, schätze ich mal einen Unentschieden vielleicht, genauso wie Gladbach-Stuttgart, denke ich auch mal, wenn nicht sogar ein Sieg für Stuttgart, Kiel gegen Bayern, da denke ich, hoffe ich mal, dass Bayern gewinnt, äh, allein schon, weil ich ja Bayern-Fan bin, dann Augsburg gegen St. Pauli, denke ich mal, Augsburg wird gewinnen und Mainz gegen Bremen, äh, da würde ich sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie Mainz drauf war, die letzten zwei Spieltage, da würde ich sagen, ein Unentschieden, ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, was ihr denkt, äh, wer gewinnt von den Partien hier, ähm, ich hab ne andere Kamera jetzt, die andere ist mir kaputt gegangen, also, die geht zwar noch an, aber irgendwie macht die Probleme, äh, ja, ich, keine Ahnung, vom Licht her, richtig komisch, aber was soll's, ich probier's mal jetzt, ähm, ja, ich hab hier wieder die Magitex Extra aus der Saison 23, 23, 24, und wir schrauben mal, also Glitzer-Sticker zählen wieder, äh, zwei Tore, wie immer, so, okay, es geht los, wir haben, oh, irgendwie will die Kamera nicht, wir haben hier Mainz 05, als Glitzer, Saisons-Superstar, ich muss mal gucken, woran das hängt, äh, man sieht die Karte kaum, das wäre dann 2 zu 0 für Mainz, hier unten, ach, ich weiß nicht, ob das von der Kamera hängt, äh, ist, dann haben wir hier Heidenheim, auch 2 zu 0, machen wir dann die Heidenheimer, äh, da oben, gegen Dortmund, also 0 zu 2, äh, ja, ja, dann wartet mal, ich muss erst mal train, 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 so, wir haben als nächstes, ach, man, so ein Pauli, dann haben wir hier, Tech Team, von Leipzig, das ist das 1 zu 0, ah, man, ich hoffe, man sieht es übrigens ein bisschen, aber ich kann mir jetzt keine andere, äh, keine neue Kamera leisten, ich weiß auch nicht, warum die hier so Mucken macht, so, da haben wir hier Bochum, Tech Team, okay, jetzt geht's irgendwie, naja, da oben, 0 zu 1 für Bochum, dann haben wir hier Gladbach, äh, Kira, 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 Rodia, ach Gott, was für ein Name, also 1 zu 0 für Gladbach, hier, so, da haben wir hier Freiburg, mit Gulde, machen wir in Freiburg, hier oben, 1 zu 1, hier, in der Partie, da haben wir hier, Club-Logo von Eintracht Braunschweig, da haben wir Fortuna Düsseldorf, haben wir hier, oh, Kiel, ach je, 1 zu 0 für Kiel gegen Bayern, oh, dann haben wir hier noch, Nürnberg, und Elversberg, Paul Wanner, Paul Wanner spielt ja jetzt, gar nicht mehr in, äh, Elversberg, Paul Wanner ja jetzt in Heidenheim, so, ich tue direkt mal hier alles drehen, hier ist schon wieder alles verdreht, so, ich hab's gleich, so, wir haben hier von, äh, Darmstadt, also manchmal, Darmstadt ja nicht in der ersten, Saison, Superstar, haben wir hier Gladbach, Saison Superstar, äh, Gumu, keine Ahnung, ob ich den richtig ausgesprochen hab, das wäre ja das 3 zu 0 für Gladbach, oi, 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 dann haben wir hier die Hertha, wir haben, Loschek, von, Leverkusen, Loschek auch nicht mehr, dort, da haben wir schon wieder Wanner, für Elversberg, haben wir hier Tag Team von Augsburg, das ist das 1 zu 0 hier gegen St. Pauli, dann haben wir hier Braunschweig, wir haben hier Hoffenheim mit Wighorst, das 1 zu 0 hier gegen Leverkusen, dann haben wir hier Stuttgart, Tag Team, und dann die Stuttgarter, ah, hier, das ist 1, äh, das 3 zu 1, 3 zu 1, dann haben wir hier Werder Bremen, als Tag Team, die haben wir hier unten, hatten wir hier schon Mainzer, ja, das ist 1 zu, ne, 2 zu 1, 2 zu 1 für Mainz, also, ja, also Bremen, äh, wir haben hier Leverkusen, mit Mona May, okay, jetzt sieht man es aber gut, oder, vielleicht braucht die Kamera zum Aufwärmen, das wäre das 1 zu 1, gegen Hoffenheim, und da habe ich hier noch das Club-Logo, für Osnabrück, und das war es dann hier mit dem Orakel, ähm, wir haben hier ein 0 zu 2 gegen Dortmund, Heidenheim, dann haben wir hier 1 zu 0 für Leipzig gegen Union, wir haben hier 1 zu 1, äh, Hoffenheim gegen Leverkusen, wir haben hier 1 zu 1, äh, Freiburg gegen Bochum, hier wäre ein 0 zu 0, hier haben wir ein 3 zu 1 für Gladbach gehabt, dann haben wir hier Kiel gegen Bayern 1 zu 0, ähm, dann haben wir hier 1 zu 0 für Augsburg gegen St. Pauli, und wir haben hier 1, äh, ein 2 zu 1 für Mainz, ja, ich bin mal gespannt, was ihr so tippt, haut da rein, nächstes Mal kommt das Video früher, heute ist es ein bisschen, äh, verspätet gekommen, äh, und ja, haut da rein, und auf Wiedersehen, Tschüss. Tschöööön.